Das UVP-Gesetz ist kein einfaches Gesetz, aber in diesem Gesetz ist das komplizierteste Institut, das Institut der Kumulierung von Projektsauswirkungen und dem hat jetzt der Verwaltungsgerichtshof mit seiner Entscheidung vom 17.12.2019 quasi noch das Sahnehäubchen aufgesetzt und hat das Ganze noch komplizierter gemacht. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niederuber von der Umweltrechtskanzlei Niederuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Der Verwaltungsgerichtshof hat über Windenergieanlagen entschieden, die sind zunächst einmal in Kärnten von der Kärntner Landesregierung als UVP-Behörde als nicht-UVP-pflichtig erkannt worden, weil sie unter dem UVP-Mengenschwellenwert von 20 Megawatt lagen. Die Einwender haben gesagt, naja, das ist eigentlich nicht richtig, man hätte die Auswirkungen dieser Anlagen gemeinsam mit den Auswirkungen eines nahegelegenen Pumpspeicherkraftwerks beurteilen müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich das angeschaut und hat gesagt, nein, hier ist keine Kumulationsprüfung der Auswirkungen vorzunehmen. Um was geht es mit dieser Kumulationsprüfung überhaupt? Das ist eine Judikatur des Europäischen Gerichtshofs schon aus den 90er Jahren, der gesagt hat, viele kleine Projekte können in Summe ja wieder große Umweltauswirkungen haben und darum muss man sozusagen die Überlagerung dieser Auswirkungen auch tatsächlich beurteilen. In Österreich ist es so umgesetzt, das Projekt muss eine gewisse Mindestgröße haben, es muss mit einem anderen Vorhaben eben in einem räumlichen Zusammenhang stehen und dann geht man in eine Art Einzelfallprüfung und beurteilt, ob das jetzt im Einzelfall erhebliche Auswirkungen hat oder nicht. Zu dieser scheinbar einfachen Regelung gibt es ganz viele Streitereien. Was ist mit noch kleineren Projekten, die über dieser Mindestschwelle sind, was sind überhaupt, welche Projekte sind hier überhaupt gemeinsam zu vergleichen, was ist der räumliche Zusammenhang, wie ist denn der eigentlich zu beurteilen. Und bisher hat die Judikatur gesagt, naja, zu kumulieren sind immer die Auswirkungen von gleichartigen Projekten und gleichartig sind Projekte dann, wenn sie im UVP-Gesetz hinten im Anhang 1 in der gleichen Ziffer drinnen stehen, im gleichen Tatbestand. Also Windenergieanlagen mit Windenergieanlagen. Aber sicher nicht Windenergieanlagen mit Pumpspeicherkraftwerken. So dachte man sich das bisher. Jetzt sagt aber der VWGH, nein, es geht ja nur um die Überlagerung der Umweltauswirkungen und beide Anlagentypen können ja Auswirkungen auf den Naturschutz haben. Das ist ein völliges Norm für uns. Der VWGH tut so, als wäre das alte Judikatur, aber das stimmt eigentlich so nicht. Und das macht das Ganze noch komplizierter. Wir müssen überhaupt schauen, wie wir dann in der Praxis damit umgehen können.